Warum werde ich nicht älter? Lieber Gott, bin ich ein Monster? Ladies und Gentlemen, bitte erheben Sie sich für die besten 60 Sekunden der Fernsehgeschichte. Das war's für heute. Okay, Lorraine, dann kommen wir zu deinen Kandidaten. Kandidat Nummer 1 ist ein krankhafter Spanner. Nummer 2 ist wegen Vergewaltigung vorbestraft. Und Kandidat Nummer 3 ist ihr eigener Sohn. Ich gehe ins Kloster. Hey, danke fürs Mitmachen, Martin. Mein Spinnensinn klingelt, warum? Ist es der grüne Kroboid? Der Lizard? Oder hat Tante May wieder einen Schlaganfall? Gar nichts? Okay, äh... Ähm... Oh, die Milch ist sauer geworden. Ähm, danke, Spinnensinn. Oh, mein Spinnensinn klingelt schon wieder. Oh, nein, die Kinder. Oh, das alles nur wegen einer Pfütze? Freu dich, Tiger. Jetzt wirst du flachgelegt. Ja, jetzt kann der Geier nie wieder Jungfrau zu mir sagen. Nein, weg, weg. Kann es nicht ein einziges Mal in einem anderen Körperteil klingeln? Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, geht's vielleicht ein bisschen genauer? Klar bin ich in Gefahr. Ich schweb ein paar hundert Meter über Manhattan. Oh! Ach, was soll's. Ja, Mr. Parker, sieht nach nem gebrochenen Knöchel aus. Und die Röntgenaufnahmen zeigen einen Hirntumor unter der Schädeldecke, der, wie soll ich sagen, das Klingeln... Operieren Sie, sofort! Exitus 15.47 Uhr. Ich steck dir Scheine zu, Schlampe! Und dann sagte ich den Umpa Lumpas, lebt doch bei mir in Frieden und Sicherheit. Hier gibt's keine Sackschaukler, Rallygraten, Rotzschwinger oder andere schanäusliche, schanendliche Kanaben. Und fünf, sechs, sieben, acht! Umpa Lumpa Duppidi! Die Arme, Leute, es geht nur um die Arme. Nochmal! Umpa Lumpa! Hey du! Ja, nicht was! Oh, tut mir leid. Ist der Tanz zu anstrengend für dich? Bist du müde? Ist dir schwindlig? Ruh dich doch ein bisschen aus, okay? Okay, Freunde, gleich nochmal von vorn. Diesmal mit mir gefühlt. Und fünf, sechs, sieben... Geil richtiger Platte. chuckles cit Da er hat es wieder raus, ich bin fokig